Was ist denn die Rupro-Meldscher? Auch nicht. Also ich weiß nicht, ob die Gamecube das jetzt nicht geschafft hätte, ich weiß es nicht. Weil theoretisch müsste PS1 eigentlich weniger schaffen als die Gamecube. Oder, keine Ahnung. Verzeihung, ja ein bisschen schnupfen. Underground Base. Ja. 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 Ich glaube, der Raum ist hier jetzt wirklich bloß ein Level komplett, weil wir sehen ja über uns hier die Wache, das Radar, wenn wir genau hinschauen. Und im Original besteht dieser ganze Bereich, wo hier Metagier geparkt ist, aus drei oder vier Bereichen. Da war eine Etage, glaube ich, immer jeweils ein Bereich. Also ich glaube, drei Bereiche waren das. Ah nein! Ja! Ja, wir haben die Lacky, aber hier haben wir uns. Das ist ein Problem. Snake, ich bin ich. Was ist falsch? Hast du ein guter Platz zu schützen? Ja, dank der Stärkirche. Es sieht aus, dass sie mit der Metagier bereit sind. Wie wissen Sie das? Ich habe sie überraschend gehört. Wo sind Sie jetzt? Genau in front of Metal Gear. Aber es ist verrückt. Was ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist zu kalt. Vielleicht, weil sie alle bereit sind. Sie sagten, dass sie sogar die Pal-Code inputt haben. Was soll ich tun? All wir können tun, ist, um das System zu verwenden, das Präsident Baker gesagt hat. Aber ich habe nur eine von den drei Chancen. Und neben dem, wie Ocelot sagte, es gibt einen Trick für die Chancen. Lass es mit mir. Du hast einen bestimmten Plan? Na gut, ich bin in der Computer Room, jetzt. Ich versuche, zu accessen Baker's private Files. Baker's Files? Keine Ahnung? Keine Ahnung? Natürlich. Aber es gibt Möglichkeiten. Bist du ein Hacker? Ja. Das hat mich ziemlich gut erklärt. Es sieht aus, dass du in kannst. Ich weiß noch nicht. Ich versuche es. Ich bin auf dich. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwundert. Hier... Beim Original ist hier eine Leiter. Hier ist eine Treppe. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Warum habe ich hier eine Leiter in eine Treppe hingebaut? Boah. Ist das halt so? Hm? Was war das Geräusch? Ah, das ist über uns. Aber ich glaube, da kommt auch nichts. Äh! Fucking! Doch! Das ist ja alles miteinander verbunden. Kommt der hier runter? Okay, wir gehen hoch. Ah! Ah! Ah, komm! Ah! Fuck! Diese beknackte Steuerung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die hier runterkommen können. Ah, wir können uns jetzt hier nicht hangeln. Ah, wir können uns jetzt hier nicht hangeln. Ah, wir können uns jetzt hier nicht hangeln. So. Ja, wie gesagt, äh... Beim Original sind hier Leiter und da ist dieser... Diese Etage auch nochmal ein extra Bereich für sich halt. Ah, finde ich cool, dass sie das halt auch so ein bisschen angepasst haben halt. Ah, den Alarm hätte man uns sparen können, wenn ich das gleich wusste. Snake. Es ist mir wieder. Wie geht's? Ah, nicht schlecht. Ich habe gerade nach seinem dritten Sicherheit-Level. Er war ein ziemlich vorsichtiger Mann. Denkst du, dass du bald inbauen kannst? Ich habe nie ein System gesehen, das ich nicht inbauen konnte. Okay. Versuch's. Ist übrigens Metal Gear. Okay. Das Dingo ist voll. Wie klingt das eigentlich hier? Okay. Ja, die Geräusche klingen doch doch etwas realistischer. Und... Ja. Snake. Ich habe es geschafft. Hast du über die Sicherheit geschafft? Bingo. Great. Also was hast du? Ich habe das confidentiales Metal Gear-File. Also was über das PAL-Override-Systeme, das Baker gesprochen hat? Ich habe es noch nicht gefunden. Das ist das, was ich wissen muss. Aber Snake. Ich habe etwas anderes gefunden. Was? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes. But effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean, it won't show up on radar. Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70's. Why weren't they able to develop one up until now? Because of the missile's rocket propulsion system. It would be picked up by enemy satellites. Because of that? But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant. So it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. We learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. It would push back the signing of the START III Treaty. If word gets out about this weapon, it'd cause a whole world of trouble. Yeah. It would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the President down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested. Only simulated. You mean with VR experiments? Yeah. That's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for. But I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So, you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing. So, I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Not yet. So, I think so. But you see all of the players, you need to fill a hole. The enemy can be used to fill the hole. But you could even know it too. But you have to make those fehler. No, you're gonna have to make those riots. I don't know. The enemy the enemy attacks is. Okay. But you're listening to me. Ah, nein! Ich wollte das bloß wegdrücken und irgendwie hat der dann das ausgewählt. Weil ich jetzt hier den Gegner mit A anheben wollte und A auch schießen ist, deswegen habe ich jetzt aus Versehen geschossen. Ah, jetzt gehen wir nicht ran. Es ist sowieso nichts Wichtiges. So. Okay, ich habe die PAL-Code und verabschiedet die Aufmerksamkeit. Wir können irgendwann aufbauen. Es gibt noch keine Reaktion von Washington. Es sieht aus, dass wir ihnen zeigen, dass wir ein Business machen wollen. Kann ich das für Cherneton-Russia stellen? Nein. Es gibt eine Veränderung. Der neue Ziel ist Lottnor-China. Warum, Boss? Lügel! Ich bin sicher, dass du nicht nur, Herr Golukowitsch, eine Bombe auf deinem Mutterland sehen würdest. Aber warum? Es gibt nichts da. Das ist falsch. Es ist ein Nucleer Test Site. Ein Nucleer Test Site. Wenn wir ein Major Population Center nukieren, dann ist das Spiel vorbei. Aber eine Nucleer Explosion und ein Test Site kann trotzdem von der Publikum werden. Insofern, Washington wird über die Strecke von China beschäftigt. Das wird sicherlich sein, dass die Gespräche zwischen den beiden Landen der Liedern. Natürlich. Und im Prozess, der Präsident wird verpflichtet, um die Existenz von einer neuen und sehr destabilisenden Nucleer Weapon zu den Chinesen. Was wird das mit den USA tun? Oder den Präsidenten? Und mit dem CTBT, das bedeutet China und Indien. Ich verstehe. Ja. Wenn die anderen Länder über die neue Weapon hören, sie alle wollen uns kontaktieren. Washington wird nicht sehr glücklich sein, wenn wir starten, zu einem eigenen System zu den höchsten Bidern. Ja. Die Präsidenten wird verpflichtet werden. Er wird auf unsere Angelegenheiten verpflichtet. Diener der Großartgarten. Das ist ein DnA und ein Billion Dollar. Ein Billion Dollar? All für Geld? Das Geld wird auch benutzt, um unsere Genome-Soldier zu helfen. Ich habe auch die Fox-Di-Vaxine in unsere Anwendungen. Fox-Di. Es hat einen Octopus und die Arms-Tek-Präsident. Also ist es wahr, dass es die Kinder älteren werden kann. Mantis könnte nicht sein, weil er eine Maske hat. Wolf war nicht infectiert, aber vielleicht wegen den Tranquillisern sie immer wiederholfen. Was mit dem Amphetamine und Adrenalin-Level in den Blüten. Sie haben ein Produkt noch in der Entwicklung in live Kompass. Keine Überraschung, es war unverlässlich. Sie sollten sich nicht zufrieden haben. In any Fall, hast du von deinem Freund, Colonel Sergej Golukowitsch, in Spetznaz noch gehört? Er hat noch nicht zufrieden, um die Abilität von Metal Gear zu sprechen. Er hat gesagt, dass wir sprechen können, nach der Test-Test-Lauf ist erfolgreich. Hm. Er ist ein sehr prudenter Mann. Es gibt nichts zu überraschen. Der Colonel will Metal Gear und die neue Nukleär-Webungen so schlecht, er kann es gut. Wenn Russland wiederholfen ihre Position als Militär superpower ist, müssen sie ihre Nucleer Arsenal wiederholfen. Sie brauchen eine Nucleer Weapon, die nicht unterhalten wird. Metal Gear wird sie ermöglichen, um die erste Strecke zu bekommen, über den restlichen Welt. Ha, 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 ha! Der Regulär Arm ist in Schambles! Und sie denken, dass sie ihre Nucleer Weapon mit Nucleer Weapon werden können? Ha, 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 ha! Das Golukowitsch! Er ist kein Warrior! Er ist ein Politiker! Vielleicht so, aber er ist derjenige uns die Hände, und die meisten von unseren anderen Hebrigen. Er hat über 1,000 Soldaten unter seiner Kommandung. Wenn wir mit den Fortschritten haben, könnten wir ziemlich eine Resistenz hier sein. Seit Mantis zu sterben, die Genome Soldaten-Soldaten hat angefangen, und ich bin über die Manns-Morale. Und die Russen mit den Russen würde das auch stärken. Was sagst du? Wir gehen nicht hin. Wir gehen hier in. Wir gehen hier in. Es wird ein langer Krieg sein. Wir können immer weg. Wir haben die neue Nucleer Kraft, und wir werden mit den Fortschritten geliehen. Wir werden die ganze Welt kämpfen. Und was ist das? Die ganze Welt kämpfen? Von hier, wir können eine Nuclea-Wahrheit auf jeden Fall auf diesem Planeten. Eine Nuclea-Wahrheit, invisibel zu Radar, und total immun zu Interception. Und auf dem Punkt, diese Basis ist voll von Nuclea-Wahrheits-Wahrheit. Als wir die DNA und die Geld bekommen, der Welt wird uns sein. Aber Boss, was ist deine Prozesse zu Colonel Gulukowitsch? Ich habe keine Interesse in der Revivation der Mutter Russie. Du hast nicht gedacht, dass du den Big Boss' Traum hast. Von heute, du kannst du diesen Ort nennen... Outer Heaven, Big Boss' Traum. Boss, du hast nicht Angst, dass die Palen überrascht? Wenn der Code wieder entdeckt wird, wird er nicht mehr verletzt. Kein Problem. Der Darpa-Chief und die Arme-Tek-Präsident sind beide sterben. Ich weiß, wie das System funktioniert. Du hast ihn verletzt, nicht wahr? Er hat keine Schläge auf ihn. Gut. Dann kann ich keine Schläge auf die Metal-Gear-Wahrheit verletzen. Ich weiß, was wir tun mit dieser Frau? Ich will sie töten. Ich will sie leben. Sie ist Campbell's niece. Und Snake will sie für sie. Ich will sie für sie. Ich will sie. Ich will sie leben. Ich will sie für sie. Snake, ich habe die Baker's top-secretes Files gefunden. Great job. Wie geht es da? Sie haben es mit den Palen überrascht. Wie können wir sie deactivieren? Okay. Du hast, das System überrascht, den Präsidenten überrascht? Es kann auch benutzen, um die Detonation-Köden überrascht. Du hast, wenn du die Schläge auf die Schläge aufsteckst, du de-aktiviert es. Und wenn du sie inaktivieren, wenn es inaktiviert wird, wird es aktiviert. Und du kannst nur die Schläge auf einmal. Nur einmal, huh? Du musst die Schläge für Input. Three of them. Aber ich habe nur die One. Wo sind die anderen? Hold on a minute. Das ist der Trick. Du hast bereits alle drei Schläge. Was bist du? Die Schläge ist von einem Schäpe-Memory Alloy. Schäpe-Memory Alloy? Ja. Es ist ein Material, der verändert die Schäpe auf unterschiedlichen Temperaturen. Die Schläge ist aus dem Schläge. Das Schläge ist aus dem Schläge? Ja. Die Schläge ist die Schäpe auf unterschiedlichen Temperaturen. Also, diese Schläge ist eigentlich drei Schläge in einer. Zeitgeist sind denn ideal? Steig! Was ist der covid?